Ich bin ein großer Fan von Unternehmerbiografien und diese Familie, Vanderbilt, war, naja, lange Jahre, Jahrzehnte die reichste in den USA, vermutlich auch einer der reichsten der Welt. Und der Gründer Cornelius und seine Nachfahren, naja, das steht in diesem Buch, was die gemacht haben. Einer der beiden Autoren dieser Biografie, naja, nicht des Menschen alleine, sondern der ganzen Familie, ist Teil der Familie, Anderson Cooper, sozusagen der, ich weiß gar nicht, wie viel Ur-Ur-Urenkel. Und die Co-Autorin ist Catherine Howe, also eine sehr renommierte Journalistin, die natürlich eine gewisse Objektivität da reinbringt. Und ich glaube, deshalb funktioniert das Buch auch, weil sich eben zwei darum kümmern. Man lernt in diesem Buch natürlich nicht nur etwas über die Familie, sondern auch über die Zeit, in der sie jeweils gelebt hat, auch zur Gründung. Naja, Vanderbilt, also man merkt ja schon, das ist aus Holland stammend, die Familie. Und damals hieß Manhattan ja noch New Amsterdam, bevor es dann irgendwann New York hieß. Also die Holländer, die Niederländer, was haben die damals so gemacht? Wie ist dann dieser Reichtum zustande gekommen? Wie wurde er ausgebaut? Aber dann eben auch, wie war die Familie? Also das ist schon interessant zu lesen für jemanden, der sich mit Historie gern beschäftigt. Schwäche des Buches ist für mich, dass in den geselltenen... Eine Schwäche des Buches ist für mich schon, dass man in die unternehmerischen Details nicht so richtig tief eintaucht. Vor allem in den jeweiligen Zeiten, also wie ist diese Dynastie wirklich so reich geworden? Am Anfang ist das alles schon erklärt, aber naja, dann verliert es das irgendwie. Und diese gesellschaftlichen Aspekte, also das Ansehen der Familie, wie ist sie zum nennenswerten Teil des sozialen Lebens geworden? Das ist sehr anschaulich erklärt, auch was diese Menschen einzeln umgetrieben hat. Aber das Unternehmerische, um daraus was zu lernen, dafür ist es halt wirklich zu dünn.